ich teste jetzt für euch noch mal die airbombs von pyromax vorhin hatte ich aber im vergleich ja ziemlich schlechte charge aber die scheinen hier besser zu sein ich glaube ihr habt es deutlich gehört also die waren richtig richtig gut unglaublich geile teile von pyromax die airbombs echt der hammer was diese teile können wirklich unglaublich und weil es so schön wird sind wir gleich noch mal zwei bei Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020